Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Ich habe die letzte Woche überhaupt nicht gespielt, jetzt habe ich mich an wenig orientieren müssen. Kann sein, dass ich irgendeinen Blödsinn mache. Offensichtlich habe ich aufgehört das letzte Mal, als wir im EDS-Zugs waren. Meine Güte, ich werde jetzt schon müde. Das ist nicht gut. Und wir haben im letzten Let's Talk, und das kann ich mich noch erinnern, hier eine Landung auf diesem Nachbarkontinent gemacht, wo es eigentlich nur die kleinen Länder gab. Wobei Manx war ja lange Zeit mein Verbündeter, der wurde von Chem erobert. Und jetzt holen wir uns Manx zurück. Netterweise wurde dieser Teil von Manx von Chem ausgebaut, was ich super finde. Dadurch haben wir hier schon einen Haufen Kohle, den wir nach Hause bringen. Und auch ein wenig Erdöl, das wir heimbringen. Ich glaube, ab der nächsten Runde können wir die zwei Erdöl, die hier produziert werden, auch nach Hause bringen. Tja, machen wir einfach den nächsten Zug, weil ich glaube, wir greifen jetzt niemanden an. Wir nehmen sowieso immer alles an. Wir haben genügend Schiffe dafür. Wir kaufen alles. Oh, doch nicht. Wir werden angegriffen im Nordburg. Von Haxaco. Aber, das glaube ich, sollten wir gewinnen. Und schon haben wir gewonnen. Oder auch nicht. Hm, mal schauen. Mir wäre es irgendwie recht gewesen, wenn wir ihn mitnehmen hätten können. Pffa. Das ist ja arg. Der greift einfach so mein armes Kessel an. Nicht nett von ihm. Okay. Vielleicht sollten wir dort auch irgendwelche Truppen hinschicken. Wir haben jetzt so viel Geld. Wir können... Das Problem ist, wir können echt nicht mit dem Truppen produzieren danach. Naja. Wobei andererseits... Wir werden anfangen, die Truppen ein wenig aufzuteilen und vor allem dorthin zu schicken, weil dort scheinen sie ja gerne anzugreifen. Also irgendwie kriege ich nicht mit, wenn sie das angreifen wollen. Hm. Okay. Eine neue Ironclad haben wir auch. Das einzige Problem, das wir hier haben, ist ja eigentlich nur das... Das heißt, da kriegen wir sogar vier Öl aus dieser Gegend. Tschu, 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 da werden wir dann da herfahren. Da werden wir das da als nächstes erobern. Da können wir nämlich da noch einen Bahnhof hinbauen. Dann können wir nämlich die beiden Sachen auch heimbringen. Beziehungsweise... Wir gehen dann da rüber und bauen da auch einen Bahnhof. Wobei andererseits... Da nach Jahren müssen wir auch einen Bahnhof bauen. Ach, schwer zu sagen. Na gut, wir gehen auf jeden Fall mal da her. Gut. Gut, du gehst da in die Stadt und wirst in der Stadt einen Bahnhof bauen. Ach, da haben wir noch schöne Gebiete, die wir ja... ...die wir ja besetzen können. Ja, okay. Ah, wir haben noch einen gebaut. Den setzen wir vielleicht tatsächlich gleich da her. Gut. Landet da eigentlich jemand an? Wir sehen es zumindest nicht, weil irgendjemand muss da ja anlanden. Sonst könnten die ja da nicht angreifen, oder? Na gut, äh, wir werden einen Teil dieser Leute... Schicken wir mal einen davon, einen davon und einen von denen. Und eine von den Kanonen... Schicken wir mal da her. Wo ist dann? Ja, das geht da her. Ja, Waterfleet ist relativ gut bewacht schon. Hm, die warten noch ein wenig. Da haben wir eine schöne Armee, die wird weiter angreifen. Jetzt müssen wir jetzt mal, außer du, dann bleibst du da. Und zwar, ich überlege gerade, Monk City anzugreifen, oder Waterfleet. Hm, gute Frage. Machen wir Waterfleet. Und zwar deswegen, weil, da bauen wir dann unsere Eisenbahnen hin in die Richtung. Stellt sich nur die Frage, ob Suva dann angegriffen wird, wenn wir da rausgehen. Ah, da ziehen wir einfach mit der Truppe da nach. Die gehen nach Suva, das passt schon. Hier bleibt's. Also, warte jetzt mal. Zuerst schauen wir mal. Und ich sehe hier jetzt keine Schiffe, die sich irgendwo versuchen anzulanden. Hm. Das ist sehr ärgerlich. Na gut, ähm, dann bleibt sie mal da stehen. Hier ebenfalls. Hier auch. Du, mein Freund, gehst hierher. Wie geht's euch? Ja. Erholt euch noch von der fürchterlichen Seeschlacht, die wir fast verloren hätten. Gut, dann. Schauen wir mal, wie geht's euch? Machen wir das so. Gut, dann werden wir dann noch einen und einen und einen nehmen. Und die bringen wir mal da her. Ich hab echt keine Lust, da jetzt viel zu verlieren. Mhm. Was haben wir denn da stehen in Kessel? Da haben wir nur ganz wenig stehen. Das heißt, nach Kessel schicken wir auch noch wen. Und zwar wiederum einen davon, einen davon und dann schicken wir auch einen Scout und noch eine Artillerie. So, dann dürfte, sollte eigentlich Kessel gut verteidigt sein für irgendwelchen Böslingen. Die versuchen uns da meine Kolonie abspenstig zu machen, weil anlanden tun die immer nur mit relativ wenig Truppen. So, der Rest von euch bleibt stehen. Gut. Ha. Wir können noch mehr Öl heimtransportieren, das ist wichtig. Scharfe gehen uns aus. Was haben wir da? 24, 15 haben wir im Warenhaus und 19, das ist gut. Das heißt, wir werden da bei den Scharfen ein wenig rauf gehen. Auf 99, ich glaube das müsste reichen. Gut. Zunächst einmal bauen wir wieder das aus, was wir da sowieso schon immer tun. Und die bauen wir voll auf, dann machen wir uns 6 neue und dann machen wir uns auch 6 neue. Machen wir 8 neue, kommen wir sicher auf dem Sicherheitshalber für die Zukunft. So, dann können wir da ein wenig Holz herstellen. Schauen wir mal, da haben wir schon alles voll. Nö. Da könnte man noch mehr bauen in diese Richtung. Wow. Sehr gut, sehr gut. Gut. Wollen wir da noch 10, machen wir da noch 7. 8. Wollen wir da noch 10, machen wir da noch 7. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir werden ab jetzt auch wieder mehr Kohle heimtransportieren, weil ich möchte mehr Ironclad spawnen. Mhm. Eigentlich kann das jetzt echt nur noch eine Frage der Zeit sein. Das Problem ist, wir führen gegen alle drei Krieg. Das ist schon ein bisschen mühsam. Vor allem dieses Anlanden bei den anderen geht nicht so einfach. Es wird einfacher, sollten wir Issa, Itholon oder Zinlu auf unsere Seite bringen. Und zwar so, dass sie in unserem Commonwealth sind. Das war schon irgendwie nicht schlecht. Aber alle drei haben nicht nur mit mir gute Beziehungen, sondern auch mit entweder Patagon, Haksako oder Chem. Oder mit allen dreien. So wie Issa. Irgendwie ist es eine bessere Trading Subsidy. Ja, egal. Wir werden sowieso diesen Kontinent hier mit Bram und Pond einmal erobern. Und wenn wir das haben, können wir uns noch immer um die Großmächte kümmern. Langsam oder sicher sollten wir dann auch irgendwie die Wahl gewinnen können. So, ja, ich weiß. Accept, 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 accept. So, unsere Garrison in Nordburg wird schon wieder angegriffen. Okay. Oh. Hm, das Problem ist... Dieses Mal... ...dass... Schaut was an. Der Fäckling soll stehen bleiben. Ja, aber immerhin haben wir ein Pferd von ihm gekillt. Und an und für sich müssten wir es eigentlich trotzdem dann angreifen, weil wir haben ja Truppen hinverlegt. Und nachdem nur eine Kanone von ihm dort ist, sollte das eigentlich kein Problem darstellen, okay. Nein, wir hätten es aufstellen sollen, das war nicht klug. Ach gut. Ah, da kommt ja nicht durch, seh ich grad. Hm. Was haben wir denn da stationiert? Eh nur eine Kanone. Na dann lass dich mal beschießen. Tü-tü-tü-tü. Kanone. Tot. 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 so So, töten wir mal das da vollends, damit es mir nicht fliegen kann, weil um ehrlich zu sein, die hätte ich echt gerne nicht mehr als Gegner. Je weniger von diesen Artillerien da sind, desto besser. Ja, das habe ich gut gemacht. Fäcklinge. Fäcklinge. Wow, das war nicht klug. Oh Gott. Das haben jetzt ziemlich viele Schüsse abgekriegt. Ah je. Na, die sollten sich um die da kümmern. An und für sich wollen wir möglichst viele von denen da zerstören, weil die kosten irgendwas, während die sind sowieso weg. Binnen sie mal. Tschüss. Obwohl die auch noch relativ billig sind eigentlich. Zeig. Na okay. Immerhin 6 gekillt von ihm. Gut. Nordborg greifen wir an. Da hat er genau ein Dings drinnen. Jetzt. Hm. Na dann. Auf ne Schlacht. Auf ne Schlacht. Und sag tschüss zu deinem. Ding hier. Du wirst mir dann nicht meine Gebiete weg. Abspenstig machen. Kerlchen. So. Das heißt, das haben wir auch erobert. Von Chem. Und das haben wir Haksakun nicht überlassen. Sagen wir es mal so. Mhm. Und wieder einiges an Truppen dazugekriegt. Du bleibst hier. Du schaust das an. Du schaust das an. Du schaust das an. Du schaust das an. Du bleibst da. Äh. Wo haben wir gesagt bauen wir da jetzt hin. erstens nach Morris bauen wir. Wenn wir hierher bauen, bauen wir wirklich jetzt hierher. Gut, ihr verteidigt es, ihr bleibt es da stehen, ihr verteidigt, ihr verteidigt und ihr fahrts mal daher nach Waterfleet. Okay, ich überlege gerade, ob wir noch eine Runde warten. Jupp, wir warten noch eine Runde, bis wir da irgendwas machen. Weiterholen wir uns da noch Truppen nach. So, mit euch greifen wir ebenfalls eine Provinz an, und zwar die nächste. Was greifen wir an? Monk City, die ist nämlich auch schon mit unserer Heimat verbunden, weil dort ein Hafen steht. Ihr bleibt hier stehen. So, dann warte mal, wir schauen wieder, ob wir irgendwelche Schiffe anlegen sehen. In der Canivic Sea, nö. Keine Schiffe. Hm, komisch das eigentlich. Ich wundere außerdem, dass meine Schiffe dort oben nicht angreifen, in meinem Hafen. Die sollten diese Dinge doch angreifen. Hm. Hm. Wahrscheinlich nicht. Na gut, ihr wartet jetzt auch noch. Ein neues Schippernakel. Schaut das bei euch aus. Ihr wartet noch. So, jetzt haben wir da vier Iron Clades. Die sollten dann irgendwann einmal anfangen, diese View in Numbers da zu erledigen. Hm. Hm. Gut. Haben wir da irgendwas Neues dazugekriegt? Irgendwas cooles Neues? Nö. Dann gehen wir da mal auf 100 Schafe. Das ist mal das Erste, was wir machen. Dann haben wir gesagt, wir brauchen mehr Kohle. Dann machen wir das so. Hier brauchen wir wieder eins, zwei, drei, vier. Na ja, das sehe ich gerade erst. Ich brauche mehr Pferde, als ich heimtransportiere. Und ich sollte auch die Transport von Pferden wieder etwas verbessern. Da wir haben doch die Pferde. So. Und da vier. Auf 68 auf. So. Jetzt haben wir die Kapazität erreicht. Das heißt, wir bauen das einmal aus. Da nehmen wir auf 12. Da sind wir voll überall. Können wir da auch die Kapazität ausbauen. Und da ebenfalls. Ja, wir haben auch relativ viele zu viele. Das heißt, wir können noch eine Arjenkleid bauen. Tatsächlich ist das die Kohle das, was uns mittlerweile aufhält, davon noch mehr zu bauen pro Runde. Geld ist es natürlich auch nicht. Wir brauchen mehr Kohle. Aber wir haben eigentlich genügend Kohle. Wir müssen sie nur heimtransportieren können. Greifen wir diese Runde eigentlich da auch gleich an? Jo. Man sieht die, haben wir ja hier gesagt. Dann machen wir nächste Runde. Ja, ich weiß. Mhm. Na, das will ich ganz, ganz selber aufstellen. Okay, das ist eh eigentlich nicht wirklich was, was da noch steht. Dennoch würde ich lieber diese Truppen vorne hinstellen, weil... Gut. Gut. Schauen wir mal, ob die überhaupt irgendwo hinkommen, diese Dinger. Äh, ich fürchte, ich stehe da schlecht. Ich fürchte, ich stehe da schlecht. Naja, ist eh klar. Der fängt an zu ziehen. So, wie viele haben wir da jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Aber der vierte, den kann man eigentlich vergessen, der ist so schwach. So, eins. Eins, zwei, passt. Du gehst da her. Eins, zwei, passt. Du gehst da her. Du fährst da dazu. Du fährst da dazu. Das ist so typisch. So, aber das war gut. Das war gut. Na ja, ist eh klar. Das hätte auch einfach sein können. Ach, weh. Okay. Ich kann auf dieses Drum schießen. Tja, schade. Ach, da nicht. Gut. Gut. Ähm. Gut. Wir konnten zwar angegriffen werden. kann da noch schließen in jemanden mehr so damit wieder mal das ausgeschalten das schalten wir auch aus so tschüss dicke fette pp gut das kannst du übernehmen ausgezeichnet in banks werden angegriffen gut was kommt da einmal nix einmal kanonenfoto könnte man das nennen und schließen und schließen diese dinge sind einmal ausgeschalten nicht nur ausgeschalten sondern sie sind auch entledigt sehr gut jetzt gehen wir jetzt noch ein dich freundchen ok ach mach du das für sich sollten wir doch in der lage sein das noch fertig zu machen ok sehr gut sehr gut und wieder ein gebiet erobert haben wir überhaupt irgendwelche verluste in dieser schlacht gehabt naja stimmt was gehabt sind wir nicht angeschlagen worden da haben wir genau nichts verloren und wieder 115.000 goldstücke dazugekriegt ach eine wahl das heißt es könnte zu ende sein yes you have been elected to be the rule of the world do you accept the post nein natürlich cancel will allow you to continue crushing your enemies naja das wäre ein bisschen langweilig glaube ich ich würde das ganz gern sehen die karte ärgerlich ok hey hört ihr das klatschen im hintergrund Patagon und Haxaco haben auch schon mich gewählt weil sie Angst hatten dass ich über sie herfalle nur Bram, Pond und Detch haben Cam gewählt wir haben 96 der Stimmen gekriegt die sind einfach großartig ja Herrschaften das wars damit eigentlich wir haben dieses Let's Play hinter uns gelassen ich bin beeindruckt ich kann mich erinnern als ich das das erste mal gespielt habe als Schüler da bin ich nicht so gut zurecht gekommen damit damals bin ich ziemlich untergegangen ich muss zugeben offensichtlich ist das Alter doch hilfreich was einige Spiele betrifft na gut ich werde wahrscheinlich ein neues Let's Play beginnen möglicherweise also nein nicht möglicherweise ich werde wieder irgendein Strategiespiel beginnen möglicherweise wieder ein altes Strategiespiel am ehesten historisch wieder schauen wir mal vielleicht spiele ich auf C5 wobei C5 ist jetzt recht wenig historisch eigentlich auf jeden Fall ich wünsche euch noch einen schönen Abend ich hoffe es hat euch Spaß gemacht wenn ja könnt ihr das nächste mal wieder mit reinschauen ok bis dann tschüss euch 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 tschüss euch